Erich Tomaschke, Torhüter. Meine Aufgabe ist, die Tore zu verhindern. Mein Traum ist es, oben mitzuspielen. Die perfekte Parade ist, wenn ich den Ball super halte. SVB Wiesbaden ist ein guter Verein. Es hat mir in der letzten Saison viel gebracht, dass ich Nr. 1 war. Was jetzt leider nicht mehr ist, aber dafür werde ich alles setzen. Es hat wieder funktioniert und ich denke, da bin ich auf einen guten Weg hin.